Stopp, ha ha ha! Willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS19 PharmaTown. Heute bin ich wieder mal nach langer Zeit mit meinem alten Schätzchen, dem Gültner, unterwegs. Der wird heute mal wieder ausgefahren. Ich meine, wir nutzen den ja mittlerweile selten, eigentlich nur noch um die Hühner zu füttern. Muss ich nachher noch machen. Aber ich möchte den auch dazu nutzen, auf dem Feld unterwegs zu sein, mit dem Striegel. Das kriegt er nämlich noch hin. Und dazu brauche ich andere Reifen. Und ich hoffe, dass Herr Peters mir da ein paar aufziehen kann. Ist er da? Ich bin mir nicht sicher. Aber die Tore sind auf jeden Fall alle geöffnet. Also ich glaube... Herr Peters? Herr Peters? Oh, was höre ich denn da? Herr Peters? Das ist ja ein Träumchen. Herr Meier? Herr Peters! Ach, Herr Meier! Herr Peters! Da sehe ich sie ja. Den haben Sie wieder in Gang gekriegt? Ach, laufen tut er ja. Wir nutzen den manchmal noch für die Hühner. Aber ich brauche mal wieder was von Ihnen. Ich brauche nämlich andere Reifen darauf. Ich brauche Pflegebereifung. Kriegen Sie das hin? Ja... Bis wann? Möglichst schnell. Ich würde gerne heute... Heute Morgen hat es geregnet. Ich würde gerne so am Nachmittag noch mit dem Striegel rausfahren. Also jetzt. Also jetzt. Das ist richtig. Ja. Dann muss ich mal kurz gucken, was für Reifen sind. Das wäre super, wenn Sie da irgendwie was... Weil dann könnte ich damit direkt durchstarten. Ich habe halt irgendwie gesehen, jetzt die Sonne ist rausgekommen und dann dachte ich, mir nutze ich die Gunst der Stunde. Aber das ist der einzige Trecker, den wir noch haben, wo man Pflegebereifung drauf machen kann. Deswegen... Muss da manchmal noch genutzt werden. Ich glaube, ich habe da noch Reifen. Ich muss mal kurz gucken, ob... Ja. Gehen Sie mal ins Lager, gucken Sie mal. Ich warte hier auf Sie. Wir können ja schon mal hier reinfahren, ne? In die Halle. Wo soll ich reinfahren? Ja, hier in die Halle. Ja? Okay. Hier vorne oder was? Auf die Hebebühne oder hier vorne nur hin? Nee, nur da vorne. Alles klar. Mensch, nicht nur ich bin begeistert, sondern auch Herr Peters freut sich offensichtlich über den Gültner. Aber es ist auch einfach ein schönes Teil. Kann auch nichts sagen. Eigentlich hätte ich gern noch ein paar andere Oldtimer. Vielleicht sollte ich mir dann mal welche kaufen. Wenn wir dieses ganze Kohle-Thema hinter uns haben, dann überlege ich da mal, ob man da ein bisschen investiert. Aber aktuell... Ja, weiß ich nicht. Je mehr Ballast wir haben, desto mehr müssen wir dann auch irgendwie später umziehen. Oder vielleicht auch nicht. Weiß man ja alles noch nicht. Deswegen... Naja. Mal schauen. So. Mach ich vielleicht noch das Fenster hier zu. Okay. Warten wir mal. Du 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 du. So. Ach. Ach. Sehr schön. Und zwar sind das... Das wäre ja die Größe. Gucken wir mal hier nach. Das sind die R 235. 95. Ja. Soll ich die mal raufziehen? Alles, was passt, machen sie rauf. Genau. Wollen sie hierbleiben? Ja, ich würde hier einfach kurz warten. Wie lange dauert das ungefähr? Ja, so halbe Stunde? Zehn Minuten. Zehn Minuten nur? Ja. Aber ziehen sie mir die Reifen fest, ne? Nicht, dass ich dann da gleich liegen bleibe. Ne, da fällt mir eine lustige Geschichte an, aber ist egal. Ne, erzählen sie mal. Äh, ja. Ja. Ist auch nicht so wichtig. Okay, also bei mir bin ich aber keine lustige Geschichte irgendwie auf dem Weg. Ich warte mal gerade hier, ne? Den Frontliner müssen wir einmal abmachen. Ach so, ja. Soll ich kurz runter machen einfach? Ja, einfach einmal da draußen hinstellen oder was? Ja. Ne, das kriegen wir hin. Moment. Stell den einfach hier gerade an die Seite, ja? Ja, der ist eben. So, müssen wir hier an der Seite, ne? Stützen einmal runter machen, ne? So. Perfekt. Und dann haben sie ihn. Gut, ich überlasse Ihnen den jetzt einfach mal. Ähm, dann können Sie ihn auf die Hebebühne fahren. Ja. Sie können sich ja, wenn Sie wollen, eben im Büro einmal umgucken. Ein paar Prospektchen gucken. Ja. Oder Herr Mayer, warten Sie mal. Haben Sie einen Karten? Ach, Sie haben hier einen Automaten. Ja, dann... Kommen Sie nochmal mit, Herr Mayer. Wo sind Sie? Herr Mayer! Ach, hier, okay. Wegen Pflegebereitung. Ja? Ich habe da auch noch gerade was mit Pflegebereitung. Haben Sie sich schon mal ein New Holland angeguckt? Ne. Jetzt gerade. Ich sehe schon, dass er vorne ist. Was ist das, T-D-5? Das ist ein T-6. T-6. Mit Vierzylinder hat er noch. T-6, okay. Da ist ein Vierzylinder drin. Können Sie hier mal reinsetzen und mal angucken. Ich werde mir das mal anschauen. Sie sagen mir Bescheid, wenn Sie fertig sind, ne? Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Schickes Teil. Kann auch nichts sagen. Herr Mayer, haben Sie sich jetzt verliebt oder was? Verliebt ist jetzt ein bisschen zu viel. Ist schon ein schickes Teil. Ich habe mich gerade mal reingesetzt. Ist schon schick, muss ich sagen. Aber ich glaube, richtig, solange es der Götner noch tut. Wobei, es wäre schon schön, aber naja. So, sind neue Trennscheiben drauf, ne? Ja, ich sehe es gerade schon. Ich meine, bei dem geht es jetzt noch, ne? Aber bei den größeren Treckern sieht das immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. So, gut. Herr Peters, übrigens, nächste Woche wollten wir uns mal treffen. Da wollten wir uns mal ein bisschen zusammensetzen, wegen dieser Frechheit, die sie da geleistet haben, ne? Also die, die, äh, ne, ne, die Kohleleute da. Ach so, ja, ja. Also, das, äh, ich, äh, ja. Sind Sie dabei? Können Sie mir Bescheid sagen, ne? Ja. Dann planen wir mal ein bisschen, was wir da irgendwie machen können. Dann nehme ich den Frontleiter wieder mit, ne? Und, ähm, ja. Die anderen Reifen sind hier. Können Sie dann einfach, kann ich wieder abholen dann, ne? Ja. Okay. Können Sie mitnehmen oder was? Ist ja normal. Normalerweise ein bisschen umschrauben. Dann mache ich mich mal auf. Benutze das Wetter noch ein bisschen. Ja. Daug ihn und sag bis bald, ne? Was kostet mich das? Die Reifen kosten. Muss ich nachgucken, wie viel die Reifen kosten. Sagen Sie mir dann einfach, ne? Wenn ich wieder abhole. Genau. Alles klar. Tschüss. Bis bald. Tschüss. So. Machen wir mal wieder an den Eumel hier. Und dann geht's mal... Ich mach mal die Abdeckung hier wieder. Ich mach das Fenster mal wieder auf und so. Ähm, man sieht ja doch irgendwie sehr schlecht dann. So. Fangen wir mal schnell ran hier. Ah, weiter, weiter, weiter. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Gut. Dankeschön. Und so noch hier. Ja, okay. Danke. Tschüss, bis dahin. So. Mach noch mal ein bisschen höher. Schleifen, nutziger. Ah, okay. Ich hoffe, ihr habt nichts kaputt gemacht hier. Die Schaufel ist nicht so schade. Die kann ich auch austauschen. Tschüss. Tschüss. Okay. Dann fahren wir wieder zum Hof zurück. Denn es ist einiges zu tun. Ich möchte jetzt, ähm, ja, alle Felder fertig machen. Wir haben jetzt hier frühen Sommer, ne? Es ist langsam so die Zeit, wo man sich mal um das Ganze Unkraut, äh, kümmern muss. Und dann wird's bald hoffentlich auch schon auf diese Erntesaison zu gehen. Also davor erwarte ich noch mal ein bisschen Regen. Ein paar regnerische Tage. Und dann wird der Erntestress beginnen. Da freue ich mich schon drauf, weil es gibt natürlich hoffentlich, äh, ja, ganz gute Mengen da zu ernten. Ähm, aber auf der anderen Seite wird es auch eine ganze Menge Stress bedeuten. Das Lohnunternehmen muss koordiniert werden. Der Mitarbeiter, vielleicht brauchen wir noch einen weiteren Mitarbeiter. Müssen wir mal schauen. Ich weiß nicht, ob der Martin dann da Zeit haben wird oder nicht. Oh, ich gebär mich einfach. noch mal. Well, ich bin zwei Vierer. Ich weiß nicht, ob der Martin dann kann. Äh, Theo? Ja, Ansgar? Du bist du? Ja, ich häng gerade den Anhänger hinter. Ach so. Du bist da, hast dich da, ich hab mich gerade umgeschaut und gesucht. Ähm, würdest du gerade, bevor du den Anhänger ranhängst, ach nee. Äh, den Grober kurz rausziehen? Ja, kann ich machen. Herr Meier, ich grüße Sie. Äh, Herr Grofendamm. Ja, Herr Meier, Sie alter Widerstandskämpfer. Wie geht's Ihnen? Was machen Sie hier auf meinem Hof? Och, ich wollte mich mal umschauen. Ich meine, wenn Sie schon so gut demonstrieren können, dann... Ich gedacht, müssen Sie ja auch was zur Landwirtschaft können. Aber wenn ich mir den Hof hier so angucke, naja, da denke ich ja, ich bin in den alten 60ern zurückgelandet. Ich zeige Ihnen mal was, Herr Grofendamm. Theo, kannst du kurz den Gruber rausziehen? Ähm, dann kann ich gleich den Strigo mitnehmen. Okay. Ich zeige Ihnen mal was. Diesen Teich hier, den haben wir neu angelegt. Kleine Oase hier auf dem Hof. Mensch, du siehst in meinem Garten auch aus. Ist ja nett. Ja. Ist nett. Diese Halle hier, die haben wir gebaut. War richtig teuer. Das Haus hier vorne ist schon ein bisschen älter, aber gut gepflegt. Haben wir auch immer mit Blumen dekoriert. Schön gemacht. Lebe ich jetzt schon recht lange drin. Haben meine Großeltern damals auch drin gelebt. Hier vorne unser altes Silo. Hier unsere ganzen Hallen. Da vorne die alte Scheune. All das und dann dahinter haben wir noch den Schafhof und hier an dem Hof noch den Kuhhof. All das wollen Sie jetzt einfach so runterreißen. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, wenn ich mir das angucke, dann kann ich ganz schnell ein Fazit ziehen. Das ist einfach Abbruch. Das kann man einfach nur noch abbrechen hier. Das ist doch... Ach, verredet. Das ist eine Unverschämtheit. Haben Sie überhaupt... Es ist pietätlos und taktlos, was Sie hier von sich geben. Das ist... Sie kennen sowas offensichtlich nicht. Sie sind offensichtlich nicht in guter Heimat aufgewachsen, wo man dann irgendwie auch ein bisschen an seinen Gebäuden, an seiner Umgebung hängt. Gebäude hin oder her. Ich meine, sowas Neues ist doch mal was Schönes. Wenn ich mir das hier angucke, hier würde ich auch nicht mal freiwillig Urlaub machen. Das sieht ja alles alt aus. Das Haus, das fällt fast auseinander. Ich meine, mein Gott, nehmen Sie das Geld und seien Sie glücklich. Ich meine, Neu-Süd-Hämmern sind doch großartige Schocken. Was ist denn überhaupt Ihr Ansinn jetzt? Warum sind Sie hier überhaupt hingekommen? Ich habe Sie nur kennengelernt auf dieser Veranstaltung da gestern. Das war eine einzige Frechheit. Sie haben uns nicht mal zu Wort kommen lassen. Ach. Und haben einfach nur Ihr Programm dadurch gezogen. Vollkommen emotionslos, vollkommen kalt dargestellt, dass Sie den Grund hier sowieso kaufen werden und wir eigentlich keine Chance haben. Ich glaube schon, dass wir eine Chance haben. Gucken Sie sich mal um. Die ganzen Schilder, die wir aufgestellt haben. Das ist nicht, weil wir ein bisschen protestieren wollen oder so, sondern weil wir wirklich an dieser Heimat, an dem Mühlenkreis, an unserem Mühlenkreis hängen. Das verstehen Sie nicht. Das wollen Sie auch gar nicht verstehen, glaube ich. Herr Mayer, wissen Sie, was ich nicht verstehen kann? Dass Sie sich nicht einfach mit dem Geld zufriedenstellen und sagen, ich habe ein neues Leben und gut ist. Ich meine so viel Geld, das können Sie niemals im Leben erwirtschaften. Aber apropos Geld. Ich bin hier aufgrund des Vertrages. Ich habe Ihnen mal einen Vertrag mitgebracht. Und ja, ich denke, der hat es in sich. Und wenn Sie die Summe gleich lesen, dann kriegen Sie Herzchen in den Augen und können gar nicht mehr Nein sagen. Herr Grofendamm, ich will keine Summe. Ich will auch kein Geld. Ich will das alles hier behalten. Ach, Geld ist doch immer noch schöner als hier so eine Bruchbude. Können Sie sich ein neues Auto kaufen? Ich meine, schauen Sie mal in Panamera an da. Schönes, schniekes Auto. Ich will auch gar nicht so ein Auto, was Sie da fahren. Ich will das einfach hier alles behalten. Was muss ich Ihnen zahlen, dass ich das hier behalten kann? Das können Sie mir nicht zahlen, weil ich Sie einfach immer monetär überbieten kann. Sie können mir zahlen, was Sie wollen. Was wollen Sie mir denn eigentlich, was wollen Sie mir denn hier? Was ist Ihnen denn dieses Grundstück? Was sind Ihnen meine Felder? Was sind Ihnen meine Häuser hier? Was ist Ihnen mein Land wert? Soll ich ehrlich sein? Tja, jetzt kommt vermutlich nichts. Also die Gebäude sind richtig nichts wert. Da müsste ich sogar noch Geld zahlen für einen Abbruch. Das ist ein ganz klares Minusgeschäft. Was mich nur interessiert, ist das Kohlevorkommen, was unter dem Hof hier ist. Und dafür sind wir als Unternehmen in der Lage oder wollen Ihnen, so auf gut Deutsch gesagt, 2,5 Millionen Euro zahlen. Das ist schon ein Schweinegeld für so einen Haufen hier. 2,5 Millionen Euro. Ja. Das ist Ihnen das Ganze hier wert? Wert ist es mir nicht, aber das ist eine nette Summe, sage ich mal so. Mir ist es natürlich viel weniger wert, aber das haben wir mal uns so ausgerechnet. 2,5 Millionen Euro können wir gut verkraften und damit müssten Sie ja auch ganz zufrieden sein. Und das kriegen Sie dann durch die Kohle, die Sie hier finden, wieder rein. 2,5 Millionen Euro. Herr Mayer, wenn Sie wüssten, wie wir ich den anderen Landwirten zahlen würde, wissen Sie eigentlich, wie viel Geld in dieser Kohle steckt? Das kann ich verhundertfachen. Da sind Sie ein kleiner Klecks auf meiner Rechnung. Verschwinden Sie. Hauen Sie ab. Nehmen Sie Ihren Vertrag direkt wieder mit. Ich will den nicht. Ich unterschreibe da auch nichts. Ich will das Geld nicht. Ich will auch keine neue Heimat. Ich bleib hier. Herr Mayer, sind Sie sich da sicher? 2,5 Millionen Euro. Ich bin mir da sicher. So, schönen Tag noch. Herr Mayer. Und gucken Sie, dass Sie mir hier nicht irgendwie meinen Hof kaputt machen mit Ihrem Porsche hier. Ach, ich habe eine gute Versicherung. Die kann da schon regeln. So. Tschüss. Das ist... Ich will das Geld nicht haben. Ich will auch nicht... Ich will nichts mit dem Typen zu tun haben. Theo, ich fahre jetzt striegeln. Auf welchem Feld fange ich am besten an? Dann fangen wir mit der 11 an. Dann kannst du danach die 13, die 12 und die 9 machen. Mit der 11? Ja, dann mache ich das mal. Ach. Herr Mayer, und vergessen Sie eins nicht. Geld stinkt nicht. Bis dennne. Ach, komm. Mehr Geld wert ist als das, was der da bietet. Ich weiß auch gar nicht, wie das eigentlich mit den Böden ist. Wir haben gar keine Informationen über dieses neue Gebiet, wo wir hingesiedelt werden sollen. Ich weiß nicht. Wie ist da der Grund? Wird einem alles nicht gesagt. Ist dem Mann auch total egal? Jetzt ruft der Peters an. Mayer? Ja, Herr Mayer. Wenn Sie so ungefähr eine Stunde gefahren sind mit Ihrem Trecker, dann ziehen Sie nochmal die Schrauben an, ne? Ja, okay. Machen wir. Danke Ihnen für den Anruf. Ich habe gerade hier Besuch von dem Grofen dann bekommen. Ja, ich habe mich schon gewundert. Sie klingen so schlecht gelaunt. Ja. Hat er Ihnen schon ein Angebot gemacht? Nee, der kommt ja auch nicht hier. Sorry. Irgendwann muss er vorbeikommen. Ach. Was will der mir denn erzählen? Ich habe ja neue Gebäude, ne? Ja, also mir hat er gerade erzählt, dass mein Hof nichts wert ist, dass das alles Schrott ist, scheiße aussieht und dass ich zufrieden sein soll mit dem Geld, was er mir da gibt. Was hat er Ihnen denn angeboten? 2,5 Millionen Euro. Für alles, wohlgemerkt. Oh, ist schon ein ordentlich Sümmchen, ne? Gut, aber ich will Sie jetzt nicht damit belästigen. Machen Sie mal weiter, ne? Alles klar, Herr Mayer. Tschüss. Tschüss. Ja. Was sagt ihr zu der Situation? Ausweglos oder lohnt es sich da vielleicht nochmal zu kämpfen und sich da zusammenzusetzen? Ich weiß es nicht. Würdet ihr das Geld nehmen an meiner Stelle oder sagt ihr... weiterkämpfen, weitermachen und sich nicht von dem irgendwie belatschen lassen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ich bin da sehr gespannt und werde mich danach richten nach eurer Entscheidung. Ich persönlich möchte hier bleiben, auf dieser, ja, auf diesem Hof, in dieser Region. Aber ich bin sehr gespannt, was ihr schreibt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gern nächstes Mal wieder rein. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.